Bum, 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 ja, bum Wir sind jetzt momentan, okay, mit dem neuen Jahreswechsel wieder massiv nach unten geschraubt beim Finanzen scheinbar, 9%, 150 Jahre Überschuss ist eigentlich gar nicht so verkehrt, ne, aber das war so das eine, dass wir halt diesen Budget-Bug hatten, nachdem wir alle Schulden abgetragen hatten, das war jetzt glaube ich dann im Oktober so gesehen diesen jetzt folgenden Jahres gewesen, ne, auf der anderen Seite hatten wir jetzt tatsächlich zwischendrin, also zwischen dem letzten Stream und diesem Stream hatte ich ganz massiv mit dem Update zu kämpfen, das hat, äh, ziemlich, ziemlich lang gedauert, bis ich das jetzt aufgespielt bekommen hatte, aber egal, so, die werden allesamt nicht, äh, irgendwie zum Patent freigeben, Budgetüberschuss haben wir gesehen, Wachstumprognose, ach ja, die 10%, da sind's ja, stimmt, ich musste mich ja, ich musste mir ja noch massiv in diesem Jahr Mühe geben, um diese ganzen Wirtschaftsüberschüsse hier in den Griff zu kriegen, ja, gut, äh, ne, sage ich aber nix zu, also wenn wir da die Möglichkeit haben, dann würde ich sagen, lasst uns nochmal ein paar steuerliche Vorkehrungen treffen, um das alles hier gescheit über die Bühne zu bekommen, das heißt, ich würde sagen, wir steigern die, äh, Arbeitnehmerquote mal ein bisschen, auf, sagen wir mal 25%, machen wir uns damit schon mal hart und beliebt, dann steigern wir die Arbeitgeberquote auf 60% und machen uns damit auch genauso unbeliebt, wir steigern die Körperschaftssteuer auf 50%, machen wir uns wieder unbeliebt und nehmen die Gewerbesteuer hoch auf 15%, so, damit werde ich jetzt höchstwahrscheinlich ziemlich, äh, eins auf den Natz kriegen, aber das ist mir egal, das nehme ich zur Not, äh, jetzt erstmal hier in Kauf, damit wir gucken, dass wir Wachstum so ein bisschen auf den Griff kriegen. Wie waren die Rennen am Freitag? fragt Fabian, äh, das kann ich tatsächlich nicht callen, das müsste ja kein Problem sein, ne, Spoiler-Warnung, 3, 2, 1, äh, tatsächlich für mich ganz gut gewesen, ähm, die wir jetzt zuletzt gefahren hatten, ich hatte, äh, 3 Siege in Serie geholt, ähm, der erste war sehr hart erkämpft, am Ende 2 Zettel vor Verstappen, der zweite war aufgrund eines technischen Ausfalls von Verstappen, dass ich den geschafft habe, der dritte war tatsächlich verhältnismäßig der angenehmste, weil da hatte ich mal abwechslungsweise nicht so einen Stress auf dem, auf dem, äh, Deckel gehabt, ja, Mo wiederum hatte da schon ein bisschen mehr, glaube ich, zu kämpfen gehabt, genau, das ergibt es jetzt nicht mehr, im letzten Rennen hat er den DNF gehabt, da hat er sich rausgeflaggt, ne, ähm, was ja mir sonst zuletzt immer ein bisschen häufiger passiert ist als ihm, äh, andere Rennen weiß ich aus dem Kopf gerade nicht, müssen wir am Freitag schauen, ähm, und dann war der Autosave weg, genau, richtig, ne, 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 Autosave, das haben wir, das Thema haben wir jetzt hier soweit geklärt wieder, das ist alles okay, sehr spannend, sagt Petheri, ja, genau, also das muss man wirklich sagen, also spannungsgeladen war die Dinge auf jeden Fall, Singapur, wahnsinnig geiles Rennen gewesen, ich kann es euch übrigens ans Herz legen, Ladies and Gentlemen, falls ihr uns nicht auf Twitch folgt, Link in der Beschreibung, erstens zum Live dabei sein, wie momentan 20 Leute hier auf Twitch, ne, damit wir, äh, hier ein bisschen noch Zuschauer rankriegen, falls ihr Bock habt, uns hier live zu erfolgen, darüber hinaus, aber jeden, äh, Montag sind wir halt für P&R unterwegs, ab ungefähr 20 Uhr, ist eigentlich, hab wir heute technische Probleme, dann ein bisschen später, ähm, wiederum ab 20 Uhr jeden Freitag da mit F1 in der Koop-Karriere, und, äh, wie gesagt, ich kann es euch nur ans Herz legen, macht eine Menge Spaß, so, du bist sowieso verboten, du interessiert mich nicht, so, unser Popularitätsindex liegt bei 52%, ne, dann gucken wir mal, bis wann jetzt alle die Kreti hier quasi durchlaufen, bis zum 4.2. müssen alle durchgelaufen sein, so, jetzt kriege ich tatsächlich langsam, aber sicher gerade ein paar beliebtheitsszenische Probleme, deswegen ich natürlich noch noch mehr Steuern schraube, aber jetzt tatsächlich einer mal die ein bisschen Beliebtheit bringen dürfte, wir gehen mit der Pornografie-Steuer hoch auf die 40%, damit ich jetzt hier ein bisschen, äh, ja, beliebtheits technische Luft kriege, ansonsten würde mir das wahrscheinlich auf die Schnauze, äh, auf die Füße fallen, und Grüße an David, hi, moin, oh David, musst du mir sagen, so, wir kriegen dementsprechend jetzt noch einen Plus für die Familie, einen Plus für die öffentlichen Finanzen, die das jetzt hoffentlich nochmal vorn treibt, wie gesagt, so 11% sind jetzt geplant, na, schauen wir mal, Wirtschaftswachstum habe ich damit aber jetzt tatsächlich gut im Griff gekriegt, also dieser, dieser ganze, Steuererhöhungszyklus, den ich jetzt hier angesetzt habe, der mir quasi ja so 2 oder 3% Budgetbausschuss bringen soll, der hat gereicht, um jetzt das Wachstum so weit runter zu treiben, dass ich da jetzt nichts mehr zu befürchten habe. So, gut, sehr, sehr schön, Ermutigung für die Spiele, alles klar, nehmen wir mit. gut, ja, dann, dann, ladies and gentlemen, als nächstes nochmal ganz kurz den Energiesektor reingeblickt, ich weiß nicht, wie die Sachlage da jetzt gewesen ist, bevor wir da abgeschmissen sind, das sieht auch alles gut aus, wir haben montanen Überschuss noch von weit über 50 Terawattstunden, dann gucken wir jetzt hier nochmal hinein, zack, das interessiert mich alles in feuchten Kehricht, alle Anträge löschen. So, gut, und damit haben wir jetzt glaube ich tatsächlich alle Gesetze durchgebracht, 11% Überschuss, momentan im Staatssäckel, 2% nur Wirtschaftswachstum, perfekt, Leute, perfekt. Ich muss hier also da nichts mehr machen, Wirtschaftswachstum technisch, wenn es sich jetzt wieder erholen sollte, Richtung 5%, ist das alles gar kein Problem, das passt super, das können wir mitnehmen, und dann haben wir, ja, ich würde sagen, das Thema soweit schon mal erklärt. Ja, dann war es das andere Ding gewesen, genau, wir waren auch industriell natürlich unterwegs gewesen, wir mussten ja erst, leider Gottes, alles überhaupt erstmal aufbauen, hier, bevor wir überhaupt an irgendwas arbeiten konnten, wobei das gerade so aussieht, ob ich da jetzt mal tatsächlich den nächsten Schritt machen könnte, dann lasst mal eben zusammen noch einmal kurz durch die Industrie durchschreiten, dass wir hier mal so ein bisschen nochmal ein Gefühl für die Gesamtlage bekommen, wir haben momentan jetzt 2% an Produktion, das ist natürlich auch viel zu wenig, wir gehen hoch auf 8.000 Mitarbeiter, ach, Quark, wir gehen halt auf 10.000. So, 10.000 Mitarbeiter, so, und dann möchte ich subventionieren, ah, das geht tatsächlich sehr, sehr gut. Äh, wie viele Milliarden kann ich eigentlich dafür so in der Hand nehmen? Ja, ich denke, 2 Milliarden Menschen, okay, ist ein pro Sektor. Okay, äh, so, Geschosse, weiter geht's, Personalbestand, weiter auf 10.000 Mann, so, dann haben wir als nächstes noch die Subventionierung, okay, mehr als eine Million geht nicht, dann nehmen wir halt eine Million, besser als gar nichts, so, Personalbestand, auch hier wird ausgeweitet auf 10.000, äh, per Summinar, dazu dann dementsprechend die Subventionierung, hier geht das wieder alles ganz reibungslos, wieder 2 Milliarden für die Geschütze, ja gut, der Hoch-Tiefbau-Sektor ist jetzt nicht gerade das, was ich jetzt verstaatlichen müsste, da kann ich das Personal einfach anpassen, wir gehen hier nochmal auf 450.000 Mann, so, ich mache euch über die Kosten dann noch keine Gedanken, das wird so mit der Zeit eingebucht und nachgebucht, dann dürfte das passen, so, Hochgeschwindigkeitsraketen, gehen wir auch wieder hoch auf 10.000 Mann, haben wir die Möglichkeit der Subventionierung, nein, haben wir nicht, so, Hubschrauber, da haben wir 1% der Gesamtproduktion, wir erhöhen auf 10.000 Mann, wir gehen auch hier wieder mit 2 Milliarden rein, das dürfte dann hoffentlich reichen, Kampfflugzeuge, da fehlt sicherlich noch ein einigen, so, 10.000, 0,2% der Gesamtproduktion, da wisst ihr schon Bescheid, äh, Subventionierung, auch frei verfügbar, auch nochmal mit 2 Milliarden reingebuttert, Panzer, Panzerwagen, 1% der Gesamtproduktion, so, wird auch aufgestockt, so, die Raketenproduktion, die allgemeine, war ich schon auf 8.000 Mann, würde ich sagen, gehen wir auf 20.000, na, 15.000, 15.000 Mann im Personal, 5% mittlerweile auch da an Produktionsgut, das ist gar nicht so verkehrt, da haben wir auch schon ein Stück subventioniert, sehe ich gerade, 700 Millionen ist das Maximum, dann dürften wir da recht schnell zumindest die Vorherrschaft kriegen, hier sind wir noch nicht so weit, dass wir das aufrüsten dürften, theoretisch, praktisch werde ich zwar nachlegen, aber da wird tatsächlich noch ein bisschen was offen bleiben, äh, kann ich aber auch mit 2 Milliarden nochmal nachsubventionieren, die Raketenabwehrbatterien, das ist da auch schon mal ganz gut, Raketenwaffe haben wir sogar schon 2% der Gesamtproduktion, ja, ihr seht das immer hier, dementsprechend 2,2%, das ist gut, so, wird auch nochmal dementsprechend subventioniert, Kriegsschiffbau, klar, in den Werften müssen doch noch echt einiges an Menschen arbeiten, da werden wir mit ganz wenig Möglichkeiten nicht hinterherkommen, so, 10.000 für die Nuklearuprovision, da haben wir auch immer schon mal 1% von, dürfte auch besser werden, wenn ich da jetzt nochmal was reinlege, und dann haben wir tatsächlich die gesamte Industrie wieder nachbereitet, sehr gut, äh, kommen die Rennen auf dem VOD-Channel, fragt Fabian, na, wenn nicht die Zeit dazu hätte, also Mo guckt zwischendurch, dass er mal ein oder das andere hochlädt, aber, äh, mir fehlt eigentlich total die Zeit dafür, ich müsste es, ich weiß es, aber ich hab recht, also, Lücken, Lücken, ähm, ich weiß gar nicht, vielleicht habt ihr Glück und es könnte sogar sein, dass die auf Twitch abrufbar sind, da müsst ihr mal schauen, das kann ich nicht garantieren, ähm, ich hab ein Problem bei dem Spiel, immer wenn ich starte, ja, okay, ich seh gerade, ja, ja, wieder sowas, und dann kommt der Firmenmeldung, die hab ich bei Gu eingeben, die am Anfang des Videos Namen geändert stand, äh, ne, kann ich dir nicht sagen, im Zweifel einfach an den, äh, Support-Wänden vom Game, da hab ich tatsächlich auch nicht, mehr Input als ihr, wie gesagt, also, alles, was ihr am P&R spielt, das seht ihr momentan, ja, also, ich spiel nicht noch, gar wohl Tal, oh, Pakistan, der Afghanistan-Krieg, ähm, spielt tatsächlich momentan nicht groß nebenher, so, äh, die Afghanen fühlen sich angegriffen und bitten um Hilfe, die Taliban wollen Hilfe, ah, okay, bin ich mal gespannt, wer da sich jetzt hier mit dazu setzt, äh, ich wünsche euch viel Spaß, also, ich drück ja, äh, Pakistan ja schon so ein bisschen die Daumen, auch wenn es ein, ein schlechter Staat vielleicht den anderen ersetzt, aber, äh, ihr könnt, ihr könnt da ruhig rein, ich glaube, viel schlimmer als die Taliban geht's auch nicht, okay, dass sie der Rest der Welt tatsächlich anders, denn, Iran, Indien und China, genauso wie Israel, haben Pakistan schon mal den Krieg erklärt, sehr lustig übrigens, dass Israel zusammen mit Iran auf einer Seite kämpft, kann ich mir auch gar nicht vorstellen, aber egal, sie werden wohl ihre Gründe haben, tja, und damit würde ich sagen, viel Spaß, also, jetzt hier rund in die indische Ecke, da geht's also jetzt wohl gut zur Sache, hab ich gehört, wer kennt es nicht, Malte der Aitiler, äh, geht's sogar, also, es gibt wahrscheinlich Leute, die sind technisch schlechter bewandert als ich, aber, äh, meine Skills halten sich auch an Grenzen, meistens sogar recht eng, grüß dich, hi Resdinador, ja, und er schmeißt erst mal einen Zap rein, sehr, sehr schön, er ist mit einer halben Verspätung, eine Stunde Verspätung auch da, oh ja, eine Krebsheilung bin ich ganz froh mit dabei, ähm, das ist alles andere nicht, Anträge löschen, so, ähm, ja, also herzlich willkommen, keine Sorge, ich hatte ja auch massive Verspätung, einfach im Grund dessen, dass ich mit dem Update, also es hat ewig gedauert, bis geladen hat, aber, ja, jetzt geht's ja soweit, ja, ansonsten lasst nochmal immer mal wieder ein Auge haben, auf jeden Fall auf den Krieg, uh, Kabul ist auch zu fallen, auha, die Pakistanis machen aber wirklich kurzen Prozess hier, ich glaube, die sind echt drauf und dran, Kabul zu erobern, wobei, ja, jetzt kommen israelische Hilfstruppen, indische Hilfstruppen, boah, das knallt ja hier hinten richtig, alter Schwede, das, ladies and gentlemen, nenne ich eine, sehr, sehr, sehr interessante, äh, offensive Partie hier, so Hauptkonflikt, ah, Anzahl Toten, 7000 schon afghanischer Seite, 3100 schon auf pakistanischer, ah, 10.000 Tote haben wir, zähle ich schon, binnen wie vielen Tagen Krieg, binnen, ja gut, 30 Tage, tage, stimmt das schon, ja, das wäre ein bisschen viel des Guten, in weniger Tage, tatsächlich echt schon massiven Einsatz, aber guck mal, das ist der Grund, weswegen ich Israel gegen zu kämpfen hasse, Israel kommt an mit einer Panzereinheit, mit 6500 Panzern, die haben eine Kampfkraft von 800.000 Mann, das ist ein ganzer Heeresabschnitt, den die halten können, meine Herren, ey, das ist einfach sehr unlustig, da hast du noch China hier, Indien hier, die auch nochmal mit 400.000 Mann aufwarten, da nochmal 300.000 Mann, 700.000 Mann an der Front, Kampfstärke von 800.000 Mann an der Front, wilde Geschichten hier, also, ob sich das Pakistan so gut überlegt hat, ich weiß ja nicht, bitte werft keine Atombomben, Dankeschön, der Feiner kapituliert, oh, also am Sohn, doch, ja stimmt, ja hier, die Pakistani Flage, aber doch vorhin nicht falsch gesehen, das heißt, der Krieg wird gleich sofort tatsächlich sehr schnell ein Ende finden, weil Pakistan einfach Blitzfeldzug gemacht hat in Afghanistan, jo, und volle Annexion ist da, Ladies and Gentlemen, Pakistan hat innerhalb von, schenken wir das Grafik von Vollmerglauben, und dann von 40 Tagen Afghanistan eingenommen, das Taliban-Regime ist tot, Indien dürfte das ja als, als pakistanische Rivale gar nicht schmecken, China auch wohl bestimmt nicht besonders happy darüber, dass jetzt Pakistan hier kräftiger wird, äh, der Iran, auch so ein kräftiger Nachbar jetzt hier, schauen wir mal ganz kurz drauf, Pakistan 300 Millionen Einwohner, das ist, das ist schon eine Kampfansage, also, Iran hat 90 Millionen, das ist schon, das ist schon nicht wenig, alter Schwede, nicht schlecht, also, Pakistan zeigt schon, wie es gemacht wird, oh, guck mal, es will den Chinesen nämlich auch nochmal eins auswischen, guck mal, äh, bei mir haben die einfach von zwei Wochen gewonnen, alter Falter, einfach die Schlacht um Stalingrad, hat, ja, das war, wildes Ding, ey, wildes Ding, also, nur einseitig, anderthalb Millionen Mann an der Front, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, was die Pakistani da noch so gelagert hatten, aber ich denke mal, da werden ja auch ein paar hunderttausend Mann, vorbei gewesen sein, also, ich denke mal, so, so zwei Millionen Mann waren da gerade eben beteiligt gewesen, an der ganzen Geschichte, so, Staatskasse mit Überschuss, so, jetzt muss man aufpassen, wir müssen jetzt drauf achten, dass wir nicht alle Schulden decken, sondern eben jetzt, äh, wie neuerdings gelernt, nur ein Teil der Schulden, und dementsprechend werde ich die Inlandsverschuldung behalten, und versuchen, die Verschuldung bei den Amerikanern, und, äh, ja gut, bei allen anderen Ausländischen Gläubigern halt zu tilgen, das ist jetzt so ein bisschen, mein Main Objekt hier, bei mir waren es keine zwei Wochen, Und dann habe ich mich gleich eingeschleimt. Können wir überbündet und so. Jetzt kann ich dir auch nur zu raten. Mal schauen. Eigentlich habe ich in der Ecke so viel nicht zu tun. Was ist denn hier noch? Okay. Hier tobt aber wohl noch eine Schlacht, weil hier noch die Pakistanis und Indische Stadt besetzt haben. Müssen wir mal gucken, wie sie das entwickelt. Ich bedanke mich jetzt bei Connor. Vielen lieben Dank für dein Follow. Und damit herzlich willkommen. Moin Amigo. Oh, und Humsim lässt auch grüßen. Vielen, vielen lieben Dank. Ich sehe es gerade schon vorweg. Die Einspieler müssen jetzt auch jedem mal kommen. Ja. Es ist tatsächlich wahr. Es ist schon wieder Taiwan. Denn wir haben noch Lücken im Uploadplan. Nächste Woche kommt aber das Kaiserreich. Mitsamt der Folge 200. Kann ich euch nur sehr zu anraten. So. Produktion an Antikrebschips. Sehr schön. Iris Kamera wurde entdeckt. Stagnierende Arbeitslosigkeitszahlen. 6% Wachstum mittlerweile. Schon wieder. 6% Wachstum muss man ja sagen. Heißt, ich brauche schon wieder eigentlich einen Steuerschritt, um das irgendwie in den Griff zu kriegen. Heißt, die Gewehrsteuer, das ist wohl die, wo ich noch am meisten Lücke habe. Geht mal eben hoch. Dann auf 20% Aufnahme von Flüchtlingen. Will ich nicht haben. Will ich mich jetzt nicht drum kümmern. Wir haben wichtigere Dinge zu tun. Wir bereiten uns auf einen Krieg vor. Und auf einen nicht allzu knappen, wenn man ja auch ganz ehrlich ist. Boah, ey. Habe ich auch Respekt vor dem, was da kommen wird, ey. Aber gut, dass wir uns zumindest sehr, sehr ordentlich wappnen hier. Na, das seht ihr anhand unserer ganzen Flugabwehrsilos. Da sind wir ja schon ganz gut mit bei. So, Kamera der nächsten Generation. Nein, möchte ich nicht irgendwie geltend machen hier patentativ. Wobei, hätte ich doch machen können. Ja, scheiß drauf. Ist es auch egal. Dann bleibt das das eine Ding unter Verschluss. Oder? Kann ich das noch eben raussuchen? Ist das eine Industrie? Nicht so, wie ich es sehen würde. Ne, komm, dann lassen wir es bleiben. Dann passt das. So, Gewehrsteuergesetz wurde immer nachgerüstet. Damit dürfte jetzt unser Wachstum eventuell gleich eingeschränkt werden. Wir warten noch ein paar Tage ab. Dann gucken wir weiter. Mir ist Taiwan lieber. Hype, 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 hype. Ah, die Leute haben Bock. Sehr schön. Hyper, hyper. Das goldene Malte-Mode-Zeichen sieht geil aus. Ich freue mich auf eure schwarze. Dazu sind es aber noch drei Monate. Ja, das goldene ist tatsächlich auch schon gar nicht so schlecht. Behandlung übrigens gegen Demenz. Oha, ja, sehr gut. Wird auch hier wieder kenntlich gemacht. Gott, die Lage ist ernst beim Personalbestand bei den Lehrern. Ich muss neue Lehrer einstellen. Habe ich denn noch Lücken hier? Ich versuche neue Lehrer einzustellen, aber ich habe kein Personal. Also es gibt keine Menschen mehr auf dem Arbeitsmarkt. Ich würde gerne was einstellen, aber es ist nix da. Oh, Gottes Willen. Was sagt du momentan eigentlich die Bevölkerungswachstum? Wir hatten das Prozentpünktchen ja schon gehabt. Ah, soll ich das noch mehr provozieren, dass wir noch mehr Wachstum haben bei Bevölkerung? Kackendreist, wie ich bin, könnte ich das ja eigentlich echt nochmal versuchen zu provozieren. Wenn wir momentan die Arbeiter nichts zu tun haben, die könnten ja eigentlich mal... Achso, ich darf nur einen kleinen Schritten bauen, 80er Schritten. Ja, dann bauen wir mal jetzt hier innerhalb von acht Monaten das nächste Zeug sind. So, und jetzt nochmal vielleicht 70 hinterher. So, dann bauen wir jetzt nochmal massiv nochmal so eine Betreuungsstation, dass wir auf 600 da kommen. Vielleicht hilft es da nochmal ein bisschen. Wir brauchen Arbeitslose, so sieht es aus. Wir brauchen Arbeitslose. Kleiner Tipp, Migrationsabkommen helfen echt krass. Kostet nur ein paar hundert Millionen im Jahr. Wo kriege ich diese Migrationsabkommen, Herr Restinator? Erklären Sie sich. Ich bin, wie gesagt, im 23 Jahr noch nicht endgültig mit dabei. Im Kaiserprojekt bin ich leider nicht mehr so drin. Also bin ich leider nicht so drin insgesamt. Ja, kann man auch so teilweise ganz gut nachholen. Zum heutigen Stand. Die heutigen Folge. Na, sind wir, würde ich sagen, ganz gut dabei. Also ich würde mal sagen, das Projekt geht jetzt mehr so ins letzte Drittel hinein. Das Kaiserreich-Projekt so langsam. Na, weil wir hier natürlich noch immer nicht mehr ganz in den Startlöhren stehen. Das stimmt nun auch nicht mehr. Aber, ja. Wir haben noch gut was zu tun. Also, ich sag mal, territorial betrachtet sind wir nicht besonders weit gekommen. Also von daher. Gucken wir mal. Ich bin halt seit Anfang an dabei. Ja, ist auch nicht verkehrt. Wie gesagt, kommt auch wieder auf jeden Fall. Ein Meeting mit einer anderen Nation machen. Dann gibt's das dann. Die Antwort bekommt man aber nicht gleich, sondern erst ein paar Tage später. Macht's über den Reiter Einwanderung. Den Reiter Migration. Kampf gegen Illegale Einwanderung und Grenzüberwachung. Neu über Auffanglager. Auffanglager. In der Illegale festgehalten werden, bis den Land zurückgefolgt werden. Die Haftdauer ist auch immer begrenzt. Rechtsausgleichsbetrieb. Joa. Lass mal zehn Stück von den Dinger bauen. Kostet kein Durut. Bauen von Trennmauern an der Landesgrenze. Macht auf hoher Sie halt gar keinen Sinn. Integrationspolitik festlegen. Respektvoll und angemessen und freundlich und attraktiv. Das ist die Mehrheit dagegen. Aber ich glaube, wir können echt ein bisschen Einwanderung gebrauchen. Herr Präsident. Ja, ist okay. Vereinsstatuten interessieren mich gerade echt nicht. Einsatz von Kampfrobotern. Ja, ist okay. Haben wir uns da schon mit beschäftigt. Fand ich jetzt nicht so geil. Die kenne ich aus dem Kaiserreich-Projekt. Da war ich noch nicht so fern von. Ja, jetzt ist die Frage. Was sagten ihr? Sollen wir mal so ein bisschen an den Einwanderungsgesetzen schrauben, dass wir versuchen wollen, mal ein bisschen Einwanderung zu fördern? Das entscheidet ihr am Ende. Oder ob ihr sagt, nee, möchte ich nicht so gerne. Wir reden jetzt über das taiwanische Geburtenpaket. Ihr kriegt dafür eine Abstimmung eben rein. Wie soll die Einwanderungspolitik aussehen? Fragezeichen. Immer her mit den Menschen. Oder wir regeln das alles selbst. Ihr dürft entscheiden. So, zack. Gibt die Abstimmung dann dementsprechend eben frei. Dann kriegen wir noch zum folgenden Ende, denke ich, da nochmal was von euch da vorgesetzt. Haben wir jetzt nochmal die Möglichkeit, in Japan Schulden abzubauen und in den USA Schulden abzubauen. Ja, und damit haben wir tatsächlich auch nicht mehr so viele Schulden, die wir überhaupt insgesamt abzutragen haben. 13% Überschuss, das sieht auch gut aus. Was sagt das Wachstum? Es ist schon wieder bei 7%. Es ist unfassbar. Ich bremse nochmal eben. Ich brauche jetzt noch mehr. Ja, ich brauche jetzt noch mehr Steuern. Wir gehen hoch auf 30%. 7% ist schon wieder echt krass. Wir erhöhen die Gewährstoffen. 10%. Die Abgaben lassen sie übrigens brutal hoch. Just saying. 17% Überschuss, wenn das hier alles so durchgeht, sind das 300 Milliarden, die wir einfach im Jahr mal eben so aus den Ärmel schütteln. Stagnierende Arbeitslosigkeit weiterhin beleuchtet sich auf 0. Scheinungen weiterhin der Hochgeschwindigkeitsberauch. Es könnte sein, dass wir Personal weiter aufstocken müssen. Ja, ist okay. Sind wir gerade bei. Touristische Bedrohung, das sind wir nicht. Ich glaube, die Touristen, aber da waren auch alle weg, ne? Ah ne, zwei letzten sind immer noch da. Entschuldig, dann muss ich die tatsächlich nochmal wieder auflösen. Habe ich gar nicht mehr daran gedacht gehabt, dass es die überhaupt noch gibt. Äh, bo 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 bo. Wo seid ihr jetzt gewesen? Äh, Folgenende. Werbung, wenn jeder 1 Euro spendet. Was, 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 was? Raffe ich nicht, Jonas? Musst du mir nochmal erklären. Äh, ähm. Folgenende, ja, alles gut, wie egal. Ich wollte auch ganz gerne die Abstimmung mitnehmen. Grüße gehen wir raus an 34 Leute, auf jeden Fall fürs Dabeisein. Ich bin auch spät drauf gestoßen, dass ich auch noch nicht komplett rewaschen konnte. Oder, ich finde, man versteht es aber trotzdem grundlegend. Ich würde sagen, ja. Es sind natürlich ein paar coole Details, ne? Die man natürlich dann dementsprechend verpasst hat. Aber ich denke, man kommt noch so gedanklich halbwegs hinterher. Äh, PS weiß, als Farbe reicht schon teilweise, wenn die genügend Arbeiter in den Sektoren jeweils bei sich haben. Und sehr eindeutig. Possible. Einer meiner Menschen. Das ist durchaus möglich. So, bionisches System der Sehhilfe. So, zack, weiter geht's. Ein Abend an Paul Panzer. Ein Abend. Ja, aber es ist nur was anderes. Dann möchte ich aber nicht zur Art Folgen nachsuchten. Ne? Da weiß er nicht so genau. Also, es ist immer noch die Sache. Man, also, wenn man Bock hat, kann man es machen. Muss man nicht. Ich finde, es ist ein unterhaltsames LP, so gesehen, ne? Als solches. Aber, äh, das ist auch... Ich bin befangen. Ich habe es selbst gemacht. Ich muss so gut finden. Wenn ich es nicht gut finden würde, wäre es... Ziemlich schlecht für euch. So, wir gucken mal. Am Ende. Abstimmungstechnisch. 85% tatsächlich von euch sagen. Sogar immer her mit den Menschen. Also, sehr viele sind für eine proaktive Einwanderung. Das heißt, da werden wir uns in der nächsten Folge mal dran machen. Dass wir uns dann dementsprechend mal die Einwanderungspolitik ansehen. Und versuchen, mehr Menschen ins Land zu bekommen. Um irgendwie das Arbeitskrafttechnisch abzudecken. Wie war das? Rein bitte Viechern? Ach, ne. Warte. Äh, wenn jetzt viele Kinder produziert werden, Anführungszei, sind die ultra spät, das ist Arbeit in der Verfügung. Ja, das ist richtig. Tatsächlich erst in so 15, 16 Jahren kommen die dann auf den Arbeitsmarkt. Die ersten. Aber das geht schnell, als man denkt in P&R. Muss man ja auch mal kurz eben erwähnen. Das ist, äh, gar nicht immer so weit hin, wie man denkt. Hallöchen, hab heute von meiner Arbeit gekündigt. Jetzt erst mal chillen. Wieso das denn? Achso, hast du einen neuen Job hinten dran. Ja gut, dann ist ja okay. So, äh, was haben wir noch als nächstes? Wir kriegen nochmal 1,50 Euro nochmal in die Spendenbox, bevor ich den verlasen hinzumasse. Von irgendwem. Vielen Dank. Von dem Freiburg. Anonymous haut 1,50 Euro raus. Der gute Kollege will anonym bleiben, aber soll ihm auch recht sein. Vielen lieben Dank. Merci beaucoup. Äh, eine Abstimmung ohne Schiebung, dass es das hier noch gibt. Hm. Possible. So, dann würde ich sagen, naja, haben wir es für heute. Ladies and Gentlemen, ich bedanke mich ganz herzlich für's Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin also haltet ihr uns steif. Wir gucken uns das nächste Mal das Ganze an, ne, mit der Einwanderungspolitik. Und, ja, bis dahin wünsche ich euch was. Denkt an den Like noch eben. Und, ja, bis dann. Tschaui.